Hi, hier ist Matthias von die PraxisFamily. Ob Wasserbetten gefährlich sind oder nicht, darum geht es in diesem Video. Ja, sind Wasserbetten nun irgendwie gesund oder nicht gesund? Es kommt immer darauf an, wen man fragt. Fragt man jetzt den Orthopäden, dann sagt er, ja, Wasserbetten sind klasse, weil sich das optimal anformt. Viele Wasserbetten-Nutzer werden das auch bestätigen, dass Rückenschmerzen unter Umständen weniger werden oder andere Symptome, die mit dem Gerüst, mit dem Skelett zu tun haben, weniger werden. Aber das ist leider ein harter Preis, den man dafür bezahlt. Denn Wasserbetten haben zwei große, große Probleme. Das eine Problem ist die Heizung im Wasserbett, die ein elektromagnetisches Feld ausübt, auslöst. Es kann sein, im Sommer bei bestimmten Temperaturen dass man die Heizung unter Umständen nicht braucht. Manche Hartgesottene braucht es auch im Winter nicht unbedingt. Aber die Wasserbettenheizung sorgt dafür, dass ein niederfrequenter elektromagnetischer Strom die ganze Zeit da ist und damit ein niederfrequentes elektromagnetisches Feld. Und das ist so, dass es vom BGA aber genauso wie von der WHO tatsächlich als Gefahrenpotenzial eingestuft ist. Und zwar ist es potenziell krebsgefährlich. Wenn man einem niederfrequenten elektromagnetischen oder magnetischen Feld über viele Stunden ausgesetzt ist, nimmt das Einfluss auf unsere Zellen, auf die Körperzellen. Und das ist besonders brisant in der Nacht. Denn nachts ist es so, dass unser Körper sehr, sehr empfindlich ist und dass die Zellen ihre Zellteilungen machen. Diese Mitose, das heißt die DNA-Teilung. Das ist ein sehr, sehr prägsanter Prozess oder gefährlicher, gefährdeter Prozess. Weil die Zellen, wenn sich teilen, können sich auch leicht entarten. Das ist das eine. Das andere ist, dass die ganze Proliferation von Proteinen, also das Entfalten von Proteinen, das Bilden, das Entwickeln, die Regeneration des Körpers, der Zellen, das findet alles in der Nacht statt. Und wenn da natürlich ein elektromagnetisches Feld einwirkt, dann ist das unter Umständen schädlich. Und so ein elektromagnetisches Feld, das jetzt keine gezielte Ausrichtung hat, wie bei einer Magnetfeld-Therapie, sondern das Ganze einfach irgendwie dahin streut, kann da eben stören und kann dazu führen, dass über die lange Strecke hinweg, also nicht wenn man mal eine Nacht in so einem Bett schläft, sondern wenn man über viele Jahre in so einem Bett schläft, dass dann das Krebsrisiko eklatant steigt. Das ist ein ganz großes Problem. Wichtig ist zu wissen, Krebs entsteht immer dann, wenn Zellen in irgendeiner Form falsch funktionieren oder sich entartet teilen. Das heißt, wenn bei der Teilung ein Fehler entsteht und diese Zelle dann aber nicht stirbt, sondern sich einfach weiter teilen kann, dann nennen wir das Krebs. Und das ist natürlich ein Risiko. Das zweite große Problem, das war Problem eins, das zweite große Problem ist ein Phänomen, dass Wasser in Resonanz gehen kann mit jeder Schwingung auf dieser Erde. Wasser ist das einzige Element, das resonanzfähig ist zu allen Frequenzen. Das ist auf der einen Seite interessant und kann man unter bestimmten Umständen gut nutzen. Auf der anderen Seite ist es aber jetzt beim Wasserbett eine Schwierigkeit. Besonders wenn das Wasser zu einem Quader geformt ist, dann hat es eine verstärkende Wirkung. Das heißt, die Strahlungen, die dann eintreffen, werden noch verstärkt. Es ist also so, dass ich auf einem Frequenzverstärker liege. Das mag gut sein in einer Welt, wo es keinerlei Störstrahlung gibt, keinen Handyfunk, kein WLAN, kein 5G, kein gar nichts. Wo ich ganz einfach nur irgendwo auf einem druidischen Kraftplatz liege mit meinem Wasserbett und kriege da tolle Heilstrahlung, dann ist das unter Umständen gut. Auf Dauer wahrscheinlich auch nicht, aber da ist was Positives dann zu finden. Aber in der normalen Umgebung eines Dorfes oder einer Stadt mit all den ganzen Handyfunk und Strahlung, die drum herum sind, ist es tatsächlich ein Riesenproblem. Ihr verstärkt das, was euch sowieso schon krank macht, noch stärker. Das ist natürlich ein Punkt, wir testen Wasserbetten immer wieder bei unseren Patienten und merken, die blockieren, die blockieren, die blockieren. Und häufig ist so, dass Patienten zu uns kommen mit chronischen Erkrankungen, die durch das Wasserbett entweder erzeugt sind oder zumindest nicht heilen können, weil das Wasserbett ständig die Heilung verhindert. Wenn ihr also gesund sein wollt, dann macht es Sinn, sich vom Wasserbett zu verabschieden und wenn ihr überlegt, eins zu kaufen, besser nicht. Okay, in dem Sinne, ich hoffe es hat euch weitergebracht und teilt das weiter, gebt uns einen Daumen hoch und besucht uns auf Instagram, da erfahrt ihr mehr von uns. Ciao, der Matthias. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.